Hi, wir sind Matthias aus München und wir sind heute im Interview bei EasyWriters. Habe die Ehre und herzlich willkommen zur neuesten Hi5-Ausgabe, die erste seit der Sommerpause und wir haben gleich was zu feiern. Wir sind im Proberaum mit der Münchner Band Mattia, die am Wochenende ihr neues Baby, We're an Electric Generation Falling Apart. Habe ich das richtig gesagt? Are we? Are we an Electric Generation Falling Apart? Sorry. Genau, hat das Licht der Welt erblickt. Die Jungs haben das ganze Stil echt mit einem Gig im Münchner Gaszeit abgefeiert und war ein turbulentes Wochenende, Jungs. Wie waren die letzten 72 bis 96 Stunden für euch? Crazy. Crazy. War echt wild. Also war von Jan und ich waren eine Woche auf Radiopromotour und Samy und Johann haben sich hier den Arsch abgeübt und dann sind wir zusammen getroffen in Köln, wo wir dann am Freitag um zwei Uhr in der Früh ins Fernsehen marschiert sind und dann in der ARD beim Morgenmagazin spielen durften, was echt eine mega Ehre war. Dann ging es direkt danach über eine total sperren Autobahn zurück nach München und direkt in München angekommen, keine Sekunde Pause gehabt, zum Gasteig gefahren, gesoundcheckt gespielt, wieder zum Proberaum. Also man sieht, es war sehr müde, also es war so... Du hast einen Cut, oder? Ja, ich war so müde, dass ich einfach gegen eine Tür gelaufen bin. Der ist jetzt was Coole, das er zu ihm müssen. Ja, ich weiß, aber ich bin ehrlich, also daran kann man sehen, wie anstrengend das war die letzten Tage. Alles klar. Rockstar live at its finest. So muss das. Und nachdem wir uns ja jetzt im Proberaum bei euch befinden, kann man gleich auf ein Thema eingehen, dass man jede Band fragen muss und zwar das Thema Songwriting. Das macht auch jede Band anders. Wie läuft das bei euch? Ist zuerst der Text da oder machen die Instrumentalisten was und dann, okay, mir fällt was drauf ein. Wie läuft das bei euch? Es mischt sich, ja, es ist eigentlich sehr gemischt. Bei White Sox, meine ich, war es so, dass Mattia eigentlich mit einer sehr, sehr, sehr fertigen Idee schon kam und gesagt hat, das ist der Song. Bei anderen Songs, zum Beispiel Fifth Avenue, ist es so, dass die eher gejammt wurden, dass wir da wirklich auch noch mit wem anders, mit Janko zusammen, haben wir, zu fünft Musik gemacht und gejammt, auf einmal war dieser Song dann da und genau, es ist bunt durchgemischt. Warte, weil das hast du immer so gesagt, ich nehme an, das ist interessant, dass ich mal widerspreche, weil ich bin ja anscheinend eigentlich mit der Idee gekommen zu dem Song. Das stimmt. Das stimmt. Er hat, also, was Sami gesagt hat, stimmt auch, wir haben auf jeden Fall mega viele gejammte Songs, aber bei Fifth Avenue kann ich mich auch daran erinnern, dass du mit einem Chorus gekommen bist, aber es ist halt auch oft so, dass wir, wir haben so, jemand kommt mit irgendeiner Idee, zum Beispiel mit einem Part und dann am Ende kommt ein ganz neues Song drauf, der Part ist drin, aber überhaupt nicht irgendwie als das, was er gedacht war. Genau. Wie Sami gesagt hat, das ist total wild. Normal geht es in kürzester Zeit, mal dauert es Monate oder Wochen. Ja, das ist voll unterschiedlich. Modern Girl wurde gejammt. Modern Girl wurde gejammt. Ja, eins zu eins. Ach geil, ja. Und jetzt gibt es euch ja, ihr sprecht vom Songwriting-Prozess, nicht erst seit gestern, euch gibt es schon eine ganze Weile, früher als The Capitals, dann kam das große Signing bei Clouds Hill. Wie hat sich euer Bandleben seitdem verändert? Ich meine, ihr habt ja auch euren Stil so ein bisschen umgekrempelt, weg von dem klassischen Indie hin zu so einem Potpourri aus verschiedensten Einflüssen. Ich habe da viel, auch Funk habe ich rausgehört, so Elektro-Swing-Pop-Geschichten. Wie kam es zustande, euch jetzt quasi nochmal neu zu erfinden und damit jetzt ans Start zu gehen? Wir hatten viele Ideen für neue Songs, auch zu der Zeit, und haben uns mit Johann Schilger, unserem Produzenten, daran gesetzt, an dem Material zu arbeiten. Und sowohl wir als auch er fanden halt das klassische Indie-Band-Arrangement ein bisschen einfach nicht mehr unser Ding. Das hat uns nicht mehr so gefallen. Und daraufhin haben wir angefangen, verschiedene neue Instrumente einzubauen, sprich die ganzen Synthesizer, das distribuzierte Schlagzeug, das Fender Rhodes, Piano, ganz andere... Du hast den Bass weggenommen, oder? Du musst den Synthi spielen. Ja, so halb. Also ich spiele jetzt Synthi-Bass. Ah, ist klar. Okay. Auch seine Idee, oder? Da steht Johanns Bass. Also ich hatte das letzte Jahr wirklich so eine Menge an neuen Instrumenten, weil ich irgendwie immer zwischen den neuen Synths gewechselt habe. Jetzt ist irgendwie mein nicer alter Synth kaputt gegangen, und jetzt habe ich mir den gekauft. Und der ist der beste to date, würde ich sagen. Würdet ihr da auch sagen? I would definitely say so, yes. Es ist noch kein Mini-Mog, aber es ist ein Mini-Tower-Mog. Okay, sehr nice. Sehr nice. Und nachdem ihr jetzt auch viel rumprobiert, ihr spielt, glaube ich, alle mehrere Instrumente, oder? Es gibt ja oft, das ist jetzt so meine Theorie, bei Bands das Problem, auch wenn man ambitioniert ist und was kann, dass man Gefahr läuft, zu viel zu machen. Also, dass jeder Einzelne sich zu viel rausnimmt, quasi, und damit den Sound überlädt. Musstet ihr das erst lernen, oder wusstet ihr immer, okay, ich weiß, ich muss weniger Hi-Hat spielen, oder ich muss meine Gitarre so ein bisschen, ja, zurücknehmen, oder wie lief das bei euch? Wir mussten es erst lernen. Das haben wir tatsächlich, das hat uns unser Produzent reingedrückt. Er hat dann zum Beispiel, wie gesagt, der Ebers wurde ausgetauscht gegen den Mini-Mog, um von dem klassischen Ebers-Spiel wegzukommen. Samis Schlagzeug wurde um die Toms und die meisten Becken erleichtert, um halt den Groove auf den einfachsten Mitteln zu spielen, damit ich mich an der Gitarre nicht überspiele und verdudel, hat man mir einen Fender Rhodes hingestellt. Matthias hat dann auch viele neue Dinge, oder hat zumindest gelernt müssen, die Gitarre anders zu spielen, hauptsächlich, und die Flöte auch anders einzusetzen als früher. Also wir mussten da schon wirklich dran arbeiten. Aber spannend, oder? Also, komplett was Neues auszuprobieren. Ja, das ist ein richtig schön aus der Komfortzone. Das glaube ich. Und wenn ihr jetzt auf Tour geht, ich meine, neues Album ist fertig, das wird ja irgendwann kommen. Wer von euch ist so das Mitglied, wo man sagt, läuft Gefahr, die Rock'n'Roll-Klischees zu erfüllen? Sex, Drugs, everything else. Johan. Wer wäre es für euch? Johan. Im Moment, Johan. Wie im Moment, Johan. Immer schon. Ja, ich weiß nicht. Also wir sind, ich würde mal so sagen, wir haben alle gerne Spaß am Leben, aber wir sind tatsächlich jetzt gar nicht so die Band, die sich nach dem Konzert so ultra ins Delirium ballert, sondern jeder hat seine Art und Weise abzuschalten und seine Art und Weise irgendwie zu genießen und auch mal einen drauf zu machen. Aber es gibt jetzt nicht so einen typischen unter uns, der da so sich total wegbelebt. Man könnte höchstens sagen, wer es am wenigsten ist. Wer wäre das? Wer wäre das? Das sagen wir nicht. Das sagt ihr nicht. Okay. Okay. Letzte Frage. Wie sehen die nächsten Monate aus? Was kommt auf euch zu? Was wisst ihr schon? Was weiß noch keiner, was wir wissen dürfen? Sagt du. Tour, also wir touren, aber das weiß man zum Glück, weil man sonst keine Karten kaufen kann. Wir sind im Dezember auf Deutschland-Tour. Wir spielen jetzt davor auch noch in München, zum Beispiel beim Sound of Munich genau werden wir da sein. und tatsächlich ist es so, wir hatten immer schon, auch schon vor dem Album, immer dieses Mindset, nie aufzuhören und zu arbeiten. Das heißt, die nächste Woche sind wir noch auf Radio-Promotournee und spielen dann in unserem Label ein Showcase. Und danach, wenn wir wieder im Proberaum angekommen sind und wenn das Album sich jetzt hoffentlich gut anläuft, werden wir weiterarbeiten an neuen Ideen und werden gleich wieder anfangen, unseren Songpool zu erweitern an unseren Live-Shows, die Tour vorzubereiten und für Album 2 zu schreiben. Wunderbar, das klingt ambitioniert. Da würde ich sagen, haben wir es damit. Jungs, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Danke euch. Viel Glück für die kommenden Monate. Das Album ist saugeil. Zieht euch das rein. Over and out. Das Album ist saugeil.